Wie ist das, dass Sie heute mit Ihnen gemeinsam den Markt besprechen? Wende dran und teilen Sie dieses Video, liken Sie dieses Video, teilen Sie es mit Ihren Freunden, denn das ist unserer Meinung nach jetzt das absolut wichtigste Video für die nächsten Wochen, denn wir werden in diesem Video exakt Ihnen mitteilen, wie wir das Ganze sehen und wo wir nun erwarten, dass der große Bullrun nun endlich losgeht. Zunächst mal müssen wir uns noch auf einen letzten Dump einstellen, wir haben exakt alle Ziellevels mitgebracht, wo wir das circa erwarten können, wir sind bereits in Bitcoin Short Orders, diese würden von uns abgeholt, das Ganze haben wir in unserer Telegram Gruppe hinterlegt. Wie gesagt, wir sind aktuell Short und wir zeigen Ihnen das ganze Szenario gleich, bleiben Sie bis zum Ende dran, teilen Sie es, liken Sie es und den Rest wir malen es nach dem Intro. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video der ARSFM, schön, dass Sie wieder bei uns sind und wir schauen uns heute gemeinsam den Crash an, kommt dieser nun oder kommt er nicht? Wir haben unserer Meinung nach Antworten dabei und durch aktuelle Reaktionen zeigt uns der Markt, dass wir da ganz gut liegen. Wir haben Ihnen die letzten Tage bzw. Wochen Infos gegeben, Bitcoin bereit, ETH bereit, diese Marken haben wir nun abgeholt, jetzt geht es aber in eine Korrektur, bevor wir dann final übergeordnet durchstarten. Wir haben das Ganze im Detail dabei, wie gesagt, wir haben es eingangs im Intro bereits gesagt, wir können nur jedem empfehlen, das Video einmal zu liken und vor allem Ihren Freunden mitzugeben, denn das ist das Video, worauf es ankommt, genaue Levels, wo sehen wir das Ganze, was passiert jetzt und da möchten wir gleich im Detail drüber sprechen. Zunächst mal, der Dow Jones hat hier übergeordnet noch ein bisschen Luft, er kann sich hier nochmal die letzten Meter abholen und dann geht der Dow Jones vermutlich auch in eine sogenannte Korrektur und diese Korrektur, je nachdem wie weit wir hier nach oben kommen, sind circa 4,5%. Das wird den Bitcoin nicht kalt lassen, wenn der Markt hier nach unten durchbricht und deswegen werden wir Ihnen jetzt mal gleich zeigen, wie wir den Markt sehen, wo wir den Markt sehen dass wir hier die Möglichkeit haben, nach oben durchzustarten und dieses Durchstarten würde uns hier nach oben bringen in Bereiche der 84.000, 85.000. Wir zeigen Ihnen nun unser Szenario, weshalb wir davon ausgehen, dass wir hier nochmal tiefer kommen, das ist jetzt extrem wichtig, wie gesagt, hier im Detail aufzupassen und vor allem zuzuhören. Nichts muss, alles kann, das mal vorne weg. Wir müssen hier nicht nach unten kommen, der Markt kann genauso hier auch weiter durchstarten. Wir zeigen Ihnen aber unsere Begründung, warum wir glauben, dass wir hier zusammenbrechen. Übergeordnet möchten wir nochmal drüber sprechen, haben wir jetzt hier einen kleinen Wig nach oben gesehen und würden nun hier sofort rejected. Wie gesagt, wir gehen davon aus, dass wir hier nochmal eine Etage tiefer kommen, wir zeigen es Ihnen gleich. Übergeordnet hat sich nichts geändert, das heißt, wir bleiben weiterhin sehr bullish auf Bitcoin, dass wir hier 84.000 bis 90.000 erreichen werden und jetzt, nachdem Bitcoin und Ethereum, wie wir es Ihnen in den letzten Videos gezeigt haben, bereit war und diese Impulse ausgespielt hat, jetzt muss er wieder ein bisschen ausatmen, das Ausatmen zeigen wir Ihnen und dieses Ausatmen sollte das letzte Ausatmen sein. Da sprechen wir gleich mal drüber, wie das unserer Meinung nach aussieht, damit Sie da bestens vorbereitet sind und danach ist es auch für uns extrem wichtig, dass wir hier circa die 110.000er Marke erreichen. Wie gesagt, 84.000 bis 90.000 ist das aktuelle Minimum Target, wenn wir dann Ihnen gleich vorstellen dürfen, wie wir das sehen und danach sehen wir dann die Preise in Bereiche der 110.000. Jetzt gehen wir direkt in den Bitcoin schauen, da möchten wir Ihnen kurz mal unsere Aufschlüsselung geben und unserer Meinung nach das perfekte Beispiel, den perfekten Fahrplan für die nächsten Wochen, was vom Bitcoin zu erwarten ist und hier haben Sie unserer Meinung nach den Fahrplan. Wir haben in unserer Telegram-Gruppe mitgeteilt, dass wir hier short gehen werden, wir haben auch eine große Position eröffnet, 67.000 bis 68.000 dort sind Short Orders hinterlegt worden von uns, ganz transparent in unserer Telegram-Gruppe gezeigt worden. Wenn Sie das Ganze handeln möchten, unterhalb der Videosektion, Sie finden dort unseren Bitgeld-Link, wir handeln ausschließlich das Ganze, unsere Futures mit dem Bitgeld und wir sind entsprechend hier jetzt nun short gegangen und wenn Sie sich dort anmelden, erhalten Sie bis zu 30.000 US-Dollar Einzahlungsbonus und wir schauen uns jetzt mal gemeinsam an, wie wir das begründen und weshalb wir davon ausgehen, dass wir jetzt nun zusammenbrechen und unser Ziellevel hier sich im Bereich der 56.000 bis 59.000 erschrecken sollte. Das zeigen wir Ihnen jetzt, das ist hier von uns zu erwarten. Wir gehen davon aus, dass wir hier an einem sogenannten Leading Diagonal eine komplette abgeschlossene Welle 1 hier fabriziert haben. Das Ganze wird entsprechend nun nach unten durchverkauft und wie gesagt, Ziellevel 55.000 bis 59.000 und wenn wir dann uns in diesem Bereich hier befinden, dort haben wir auch bereits im Detail Long Orders, werden das Ganze selbstverständlich auch wieder transparent in unserer Telegram-Gruppe mitteilen. Wir werden jetzt unsere Short Orders halten und wenn wir hier unten angekommen sind, dann ist es wichtig zu verstehen, dass das der letzte Dump ist. Wir gehen davon aus aktuell, nochmal kurz zusammengefasst, Wir gehen davon aus, dass wir jetzt hier abgelehnt werden. Wir sind hier Short hinterlegt. Wir werden jetzt hier in sogenannten Wellenbewegungen nach unten kommen und wenn wir hier unten angekommen sind, dann ist das der letzte Point, bevor wir auf 100.000 circa steigen werden beim Bitcoin-Preis. Wir werden zunächst mal die Zieltargets 84.000 bis 90.000 ganz wichtig auf dem Radar behalten. Das heißt, das sind für uns die wichtigsten Ziele primär und vor alledem werden wir dann auch auf dem Schirm behalten, wie sieht es aus, schaffen wir die 100.000, 110.000, 120.000. Wenn wir hier eine Trendwende sehen, ist zu erwarten, dass wir durchstarten bis 84.000 bis 90.000. Das heißt, dieses Bild kompletiert sich und in dieser Marke entscheidet sich dann, wie der Bitcoin weitergeht. Und gesamtheitlich nochmal auf den Dow Jones zu sprechen, werden wir vermutlich hier eine sogenannte Korrektur sehen. Das bedeutet, wir werden hier nach oben kommen, werden hier tiefer gehen im Dow Jones und dieser Abverkauf wird dann vermutlich auch den Bitcoin hier abverkaufen lassen in diesem Diagonal und dieses Diagonal ist für uns hier in dieser Struktur beendet. Das heißt, wir sind hier fertig. Wir haben das Ganze erfolgreich abgeschlossen und jetzt erwartet uns eine sogenannte Korrektur. Schauen wir uns mal an, wie wir hier stehen, prozentual gesehen von aktuellem Level sprechen wir circa, je nachdem, wo wir jetzt hier landen, von 10 bis 13 Prozent. Mehr ist es nicht. Das ist hier unsere Meinung. 10 bis 13 Prozent, das ist der Crash, den wir zu erwarten haben. Für den Bitcoin eigentlich Peanuts, muss man ganz klar sagen, wenn man so die Bewegungen kennt am Kryptomarkt. Das ist das, was wir vom Bitcoin-Preis erwarten. Und von dieser Zone heraus werden wir uns wieder long positionieren und dann das Ganze selbstverständlich im großen Bullrun entsprechend long gehen. Das ist hier unser Fahrplan und unserer Meinung nach der perfekte Fahrplan für die nächsten Wochen. Das Ganze kann sich zeitlich erstrecken bis November, Dezember und dann kann das Ganze hier durchstarten und vermutlich sogar dann noch Januar, Februar, März, je nachdem, wo wir dann hier stehen werden, hier die ganzen Hochs entsprechend ausbauen. Das ist insgesamt zu erwarten. Jetzt erwarten wir aber erstmal einen massiven Abverkauf. Es kann auch sehr, sehr schnell gehen. Sie kennen den Kryptomarkt. Manchmal geht es dann doch schneller als gedacht. Wir bleiben weiter in unserer Short Orders. Seit 67.000 bis 68.000 bleiben wir dort drin. Und das ist nun zu erwarten. Und wir wünschen Ihnen jetzt keine Panik. Halten Sie durch. Wie gesagt, liken Sie das Video, teilen Sie es mit Ihren Freunden, weil das ist der perfekte Fahrplan für den Bitcoin für die nächsten Wochen und darauf kommt es nun an und danach werden wir massiv durchstarten, sobald wir hier diese Zone erreicht haben. Wir hoffen, wir konnten wieder viel Mehrwert dalassen. Lassen Sie gerne, wie gesagt, einen Like da. Kommentieren Sie fleißig, wenn Sie Lust haben. Liebe ist immer herzlich willkommen. Und wir wünschen Ihnen nun viel Spaß und ja, eine schöne Woche. Bis dahin. Tschüss, ciao. Danke sehr. Untertitelung des ZDF, 2020